Hat Elton sein, schlag den Starr, aus noch nicht ganz verkraftet, mit seinem Abschied hatte wohl niemand gerechnet, im April gab ProSieben bekannt, dass Elton zukünftig nicht mehr für den Sender vor der Kamera stehen wird. Dabei hatte der Moderator stolze 23 Jahre lang durch verschiedene Shows des Senders geführt. Dass es sich um keinen freiwilligen Abschied gehandelt hat, wurde kurz darauf deutlich. In einem Statement erklärte Elton, ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim ProSieben-Chef angerufen hatte, was denn an Gerüchten stimmen würde, dass ich nicht mehr Schlag den Starr moderieren darf. ProSieben ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite. Auf einmal, dabei sei, Schlag den Besten, und, Blamieren oder Kassieren, ProSieben angeboten worden, nachdem der Sender abgelehnt habe, hätte RTL erst zugeschlagen. Nach, Schlag den Starr, aus, Elton war, extrem traurig, weiter erklärte der Moderator, ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren ProSieben gegönnt. Ohne Worte, ich kippe mir jetzt paar Bierchen rein. Das ließ ProSieben-Chef Hannes Hiller nicht auf sich sitzen und stellte gegenüber DWDL klar, ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball. Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, dann stellt sich doch zwangsläufig eine Frage. Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel? Schlag den Starr, Elton kommentiert erste Show von Matthias Obtenhövel. Zuletzt führte Elton bei ProSieben durch die beliebte Primetime-Sendung, Schlag den Starr, ein Ersatz für ihn war aber schnell gefunden. In einer Pressemitteilung erklärte der Sender, dass Matthias Obtenhövel zukünftig die Show moderieren werde, wie bereits zwischen 2006 und 2011. Am vergangenen Sonntag war es dann soweit, Matthias Obtenhövel feierte sein Comeback, ausgerechnet unter den wachsamen Augen von Elton. In seiner Instagram-Story verkündete der 53-Jährige, dass auch er die neue Ausgabe verfolgen werde. Werde heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge TV gucken. Dennoch wünsche er dem gesamten Schlag den Starr-Team eine reibungslose Show. Ganz so friedlich blieb es dann aber doch nicht, kurz darauf kommentierte Elton. Puh! Okay, heute wohl früh ins Bett. Scheint, als hätte ihm die Show nicht so richtig gut gefallen. Amen. 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 Amen.